Die FAA hält Starship bis November am Boden. Polaris Dawn schreibt Geschichte. Die Starbase bereitet sich darauf vor, Raketen aufzufangen. Ship 31 für den übernächsten Starship-Flug lässt seine Muskeln spielen. Die NASA steht laut einem Bericht über marode Infrastruktur am Scheideweg. Landspace demonstriert in Fortes die Wiederverwendung einer Falcon 9-Klasse Methan-Rakete. Diese Aerospace hat alles für den R-Start noch in diesem Jahr beisammen. Der Landeplatz für New Glenn ist bekannt und Blue Origin bereitet den Hochlauf auf 25 Starts pro Jahr vor. Die Untersuchung zum R-Start der Ariane 6 ist abgeschlossen und die FAA verhängt eine Geldstrafe gegen SpaceX wegen Nicht-Einhaltung von Vorschriften. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Es wurde die Woche endlich wieder heiß in der Starbase. SpaceX hat in der Merseys-Testanlage Ship 31 für etwa 6 Sekunden gezündet. Dabei wurden alle 6 Raptor-Triebwerke gezündet. Erst kurz hintereinander die 3 Vakuum-Raptoren und dann die 3 Meereshöhen-Raptoren. Davon gab es ein eindrucksvolles Slow-Motion-Video, wo die Zinssequenz der Triebwerke gut beobachtet werden kann. Das Video gibt einem einen guten Eindruck, was für brachiale Kräfte hier wirken. Im Flug sollen es etwa 1500 Tonnen Schub sein, die alle 6 Raptoren zusammen liefern. Bemerkenswert, dass es mit Ship 31 hier um die Hardware für Flug 6 geht. Es ist also Hardware für den übernächsten sechsten vollintegrierten Flugtest. Wie Elon Musk dazu beißend auf X schrieb, werde die Hardware für den sechsten Flug fertig sein, bevor die amerikanische Flugaufsichtsbehörde überhaupt den fünften Flug genehmigt hat. In einem Interview zu diesem Thema überspitzte er das noch zu, es würde für die FAA länger dauern, Papier von links nach rechts zu legen, als SpaceX dafür braucht, die größte leistungsstärkste Rakete zu bauen. In meinen letzten News habe ich noch sagen müssen, ich habe keine neuen Infos für euch, wann es denn jetzt losgeht mit dem Starship. Jetzt gibt es was Offizielles. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat SpaceX nämlich mitgeteilt, sie werde die Startlizenz für den nächsten Testflug der Starship Super Heavy Rakete frühestens Ende November genehmigen. SpaceX kritisiert diese Verzögerung scharf und argumentiert, dass sie nicht auf technische oder sicherheitsrelevante Bedenken zurückzuführen seien, sondern auf bürokratische Ineffizienz. Die FAA wiederum hat eingeräumt der steigende Arbeitsaufwand, insbesondere durch die zunehmende Startfrequenz von SpaceX, habe zu längeren Bearbeitungszeiten geführt. SpaceX Super Heavy Booster 11 und die Starship Oberstufe 30, die sollen laut SpaceX bereits seit Anfang August startbereit sein für diesen fünften Flug, wobei wir auch gesehen haben, dass SpaceX noch kräftig an der Startinfrastruktur, insbesondere den sogenannten Chopsticks, das heißt den Integrations- und Fangarm, gearbeitet hat. Der nächste fünfte Testflug wird der bisher ehrgeizigste Starship-Flug. Es soll erstmals versucht werden, den Super Heavy Booster während des Rückflugs direkt am Startplatz zu fangen. Hintergedanke bei diesem Fangmanöver ist das Wegfallen von Landebeinen und die schnellere Wiederintegration nach einem Flug. Das soll dann die Nutzlast der Rakete und gleichzeitig die Startkadenz erhöhen. Ja, viele Arbeiten am Startplatz in den letzten Wochen widmeten sich, wie gesagt, genau diesen Chopsticks. Wie die Kollegen von NASA Spacelight mit ihren Kameras gut eingefangen haben, bewegen sich die Integrations- und Fangarme nun deutlich schneller als noch vor ein paar Wochen. Ob es in Kombination mit der Flugsteuerung für das Fangen einer 70 Meter hohen, 180 bis 200 Tonnen schweren R-Stufe reicht, das bleibt abzuwarten. Unterhaltsam wird es aber auf jeden Fall. Am Freitagabend gab es schon einen Vorgeschmack auf das mögliche Booster-Fangen. SpaceX hob Booster 12 auf die Höhe, in der das Fangen erwartet wird. Ja, die Starbase, die mausert sich langsam von der Bastelbude mit Schrottplatz-Ästhetik zum Hochglanz-Raumhafen, wo SpaceX schon lange bei hochmoderner Optik und Uhrwerkpräzision angelangt ist, das Falcon & Dragon Programm. Zu der beachtlichen Liste an Erfolgen, die SpaceX hier in den vergangenen 14 Jahren, seit dem Erstflug der Falcon 9, erreicht hat, ist nun ein weiterer Meilenstein hinzugekommen. Am 12. September haben Astronauten der Polaris Dawn-Mission den ersten Weltraumausstieg einer nichtstaatlichen Mission durchgeführt. Jared Isaacman, Kommandant der vierköpfigen Crew, der trat aus der Luke der Crew-Dragon-Kapsel. Laut eigenen Angaben war der Anblick der Erde lediglich getrennt durch sein Heldenvisier unbeschreiblich. Das kaufe ich ihm sofort ab. Viel Zeit, den Ausblick zu genießen, blieb ihm nicht. Primär sollte die Beweglichkeit des Anzugs getestet werden. Isaacman, der verbrachte nur etwa acht Minuten in der geöffneten Luke und kehrte danach in die Kabine zurück. Kurz darauf folgte Sarah Gillis, Missionsspezialistin der Crew und SpaceX-Mitarbeiterin. Sie testte ebenfalls die Beweglichkeit des Anzugs, bevor sie dann auch wieder in die Kapsel zurückkehrte. Wie Sarah und Jared nach dem Ausstieg berichteten, verhielten sich die Anzüge wohl ähnlich wie zu den Tests und es gab keine größeren Probleme mit den Raumanzügen. Auffällig natürlich, dass die beiden ja nur kurz irgendwie aus der Luke herausgeguckt haben. Böse Zungen behaupten, die dunklen Stiefel der SpaceX-Raumanzüge, die sehen zwar stylisch aus, seien aber hinsichtlich des Thermalmanagements so ziemlich das Dimmste, was man im Weltraum machen kann. Da der Ausstieg im Erdschatten stattfand, sei das wohl aber kein Problem gewesen. Diese EVA, das steht ja englisch für Extra Vehicular Activity, ich sage dann ganz gern Außenbordeinsatz, war ja der Höhepunkt der fünftägigen Polaris Dawn Mission und generell diese Ausstiege, die gelten ja auch in der Astronautik als so das Komplexeste, was man dann machen kann. Ich habe ein tolles Interview mit Professor Dr. Klaas Oldhoff zum Thema Raumanzüge geführt. Er hat unter anderem an den neuen XEMU-Anzügen der NASA für das Artemis-Programm gearbeitet. Verlinke ich euch unter dem Video. Ja, da der SpaceX Crew Dragon über keine Luftschleuse verfügt, da waren aber nicht nur Jared und Sarah dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt, sondern auch Scott Petit und Anna Menon, wie Sarah beides Erstflieger. Jared Isaacman, der das Polaris-Programm initiiert hat und auch wohl zu großen Teilen selbst bezahlt hat, war bereits mit Inspiration4 ins All geflogen. Ja, dieser Weltraumausstieg der fand zwei Tage nach dem Start von Polaris Dawn statt, zwar erreichte die Mission aber noch einen weiteren Meilenstein. Etwa 15 Stunden nach dem Start erhöhte die Kapsel nämlich ihre Umlaufbahn auf einer Apogeumshöhe, also der erdfernste Punkt von etwa 1400 Kilometern. Seit der Apollo 17 Mission 1972 waren keine Menschen mehr so weit von der Erde entfernt. Ja, und Sarah und Anna halten damit jetzt übrigens den absoluten Höhenrekord für Frauen. Neben der EVA führten die Astronauten auch wissenschaftliche Experimente durch. 40 sollen es etwa gewesen sein, zum Beispiel Ultraschallmessungen von Organen und Augenindruckmessungen. Die Presse zu dieser, wie ich finde, historischen Mission war, wie die Berichterstattung zu privaten Raumfahrtmissionen leider so oft, durchwachsen. Ich bin als Hardcore-Raumfahrt-Fan natürlich voreingenommen, aber mir hat der Livestream mit euch unfassbar viel Spaß gemacht und mich hat diese Mission und der Mut der Crew unglaublich beeindruckt. Eric Berger von Ars Technica bringt es, wie ich finde, wieder einmal auf den Punkt. Der schreibt nämlich, dass seit dem ersten Weltraumausstieg von Alexei Leonov 1965 263 Menschen aus verschiedenen Ländern ja Außeneinsätze im Weltraum durchgeführt haben, oft auch über sechs Stunden am Stück. Damit scheint dieser neueste Außeneinsatz von Polaris Dawn eher trivial. Berger zieht aber Parallelen zur Falcon 9. Die war anfangs auch einfach nur eine weitere Rakete, aber heute, 14 Jahre später, hat die Falcon 9 die Raumfahrtindustrie revolutioniert, indem sie schnelle Wiederverwendbarkeit bewiesen hat. Allein in diesem Jahr wird sie mehr als 100 Mal fliegen. Ein Rekord, den keine Regierung oder Firma zuvor erreicht hat. Die Falcon 9 hat seit ihrer Einführung vier große Verbesserungen durchlaufen und ihre Nutzlastkapazität mehr als verdoppelt. Genauso werde sich laut Berger auch diese neuen Anzüge weiterentwickeln. Zukünftige Versionen dieser Anzüge könnten auf den Mond und eines Tages sogar auf den Mars zum Einsatz kommen. Genau deshalb wäre dieser Weltraumspaziergang, wenn man das Wort benutzen möchte, mehr als nur eine Fußnote in der Geschichte der Raumfahrt. Er könnte ein entscheidender Schritt in der Erweiterung der menschlichen Präsenz im Sonnensystem sein. Aber eine Mission ist ja bekanntlich erst vorbei, wenn die Crew heil zu Hause angekommen ist. Am 15. September landete die Crew Dragon Resilience erfolgreich im Golf von Mexiko. Polaris Dawn war der erste von drei geplanten Flügen im Rahmen des Polaris-Programms. Es war ja der letzte Flug, die erste Crewmission des SpaceX Starships sein soll. Die Gestaltung des zweiten Fluges, die ist noch unklar, wird aber voraussichtlich auf den Erkenntnissen von Polaris Dawn aufbauen. Es gab ja dann mal die Geschichte, dass sie doch das Hubble-Teleskop vielleicht reboosten wollten. Das hat die NASA aber abgelehnt, denn es bestanden Bedenken, dass so ein Einsatz vielleicht das Hubble beschädigen könnte. Die Polaris Dawn-Mission, die war die fünfte private Astronaut-Mission von SpaceX. Mit Axiom 3 und der geplanten Fram 2-Mission, ist ja mit Rabea Rogge eine Deutsche das erste Mal dann im All, könnte der Wendepunkt gekommen sein, dass SpaceX nun tatsächlich mehr private Missionen als NASA-Missionen fliegt. Auch ziemlich bemerkenswert, wie ich finde. Neben 40 wissenschaftlichen Experimenten wurden auch mehrere Outreach-Events durchgeführt. Mein persönliches Highlight war das Weltraumkonzert von Sarah Gillis. Sie spielte Rays Theme aus Star Wars zusammen mit Nachwuchsorchestern auf der ganzen Welt. Die auf Social Media sonst eher selten zu sehende SpaceX-Chefin Gwynne Schottweil, die hatte geschrieben, dieses Konzert, das habe sie zu Tränen gerührt. Du fühlst dich als Teil der deutschen Luft- und Raumfahrt? Dann bist du bestimmt schon, wie ich, Mitglied in der DGLR, der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Vom 30. September bis zum 2. Oktober treffen wir uns in Hamburg. Für mich also ein Heimspiel auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress. Ich freue mich riesig, in diesem Jahr auch als Moderator mit dabei zu sein und mit rund 1000 Expertinnen und Experten, Vordenkern und Entscheidungsträgerinnen und generell den Gehirn der Branche zu netzwerken. Bist du DGLR-Mitglied und hast einen Beitrag, den du unbedingt auf Senkrechtstarter präsentieren möchtest? Dann schreib mich an, an info.senkrechtstarter.net mit dem Stichwort DLRK24. Die Mitgliedschaft in der DGLR ist übrigens so oder so eine großartige Idee. Werde Teil des größten wissenschaftlich-technischen Netzwerks der Luft- und Raumfahrt in Deutschland. Nutze die Chance, Kontakt zu über 3000 Kolleginnen und Kollegen sowie Expertinnen und Experten zu knüpfen. Engagiere dich in unseren kompetenten Fachbereichen oder Bezirksgruppen und profitiere von unseren spannenden Weiterbildungen und Veranstaltungen, wie eben dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress. Ja, oder werde Teil der DGLR-Nachwuchsgruppen und gestalte die Zukunft der Luft- und Raumfahrt aktiv mit. Den Link zur DGLR-Mitgliedschaft, den findest du unter dem Video. Und es gibt übrigens noch Tickets für den DLRK in Hamburg. Und als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, da erhältst du natürlich ordentlich Rabatt. SpaceX hat sich gegen eine Strafe von 633.000 Dollar wegen Verstößen gegen die Startlizenz gewährt. Laut SpaceX sei die FAA selbst für Verzögerung verantwortlich, da sie geringfügige Änderungen nicht rechtzeitig genehmigt habe. In einem Schreiben an den US-Kongress erklärte SpaceX, dass die FAA trotz ausreichender Vorabinformation ihrer Aufgabe nicht rechtzeitig nachgekommen ist. Insgesamt geht es um Vorfälle mit den Falcon-Raketen im letzten Jahr. Beim Falcon-Einstart zum Beispiel hat SpaceX ein Kontrollzentrum ohne Genehmigung genutzt und einen vorgeschriebenen Poll, also dieses Abfragen vor dem Start, zwei Stunden vor dem Start ausgelassen. Beim Falcon-Heavy-Start, da sei zudem ein neues Treibstoffdepot verwendet worden, das nicht von der FAA abgesegnet war. SpaceX betont, diese Änderungen hätten keine Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit gehabt. Das Treibstoffdepot sei zum Beispiel deutlich weiter von öffentlichen zugänglichen Orten entfernt gewesen als das vorher genutzte. SpaceX unterstreicht, dass die eingeführten Änderungen zur Sicherheit beitrügen und hinterfragte die Rechtmäßigkeit der verhängten Strafe. Elon Musk ging da sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnete die Strafe als politisch motiviert und drohte mit einer Klage gegen die FAA. Die Infrastruktur der NASA ist am Zerfallen. Der Ausschuss der Nationalen Akademien der Wissenschaft, Technik und Medizin kommt zu dem Schluss, die NASA befindet sich am Scheideweg. Rund 83 Prozent der NASA-Einrichtungen, die haben ihre Lebensdauer überschritten und die Behörde hat eine Investitionsschraube von 3,3 Milliarden Dollar bei der Wartung. Der Bericht kommt weiterhin zu dem Schluss, die NASA habe sich zu sehr auf kurzfristige Probleme und Symptombekämpfung konzentriert. Na, das liest es ja fast wie ein Bericht über deutsche Infrastruktur. Das chinesische Raumfahrtunternehmen Landspace hat bereits am 11. September einen erfolgreichen Test eines wiederverwendbaren Raketenprototypen durchgeführt. Die Suke 3 VTVL, also es steht für Vertical Takeoff, Vertical Landing, hat eine Höhe von 10 Kilometern erreicht und ist danach sicher auf einem Landeplatz gelandet. Dieser Test, der wird als wichtiger Schritt in der Entwicklung der wiederverwendbaren Methansauerstoffrakete Suke 3 gewertet. Die Suke 3, die wird rund 77 Meter hoch sein und eine Startmasse von 660 Tonnen haben. Also ähnliche Größenordnung wie die Falcon 9. Ja, und auch die bis zu 21 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit deuten auf die gleiche Klasse an Raketen. Ja, man plant die erste Testmission der Suke 3 in einen Orbit für 2025 und rechnet mit einer Wiederverwendung der ersten Stufe in 2026. Südkorea mit seinen rund 52 Millionen Einwohnern arbeitet übrigens auch an einer teilweise wiederverwendbaren Rakete. Das Ziel soll sein, ein Kilogramm Nutzlast für weniger als 1000 US-Dollar in einen niedrigen Erdorbit zu bringen. Ich befürchte, in Europa wird man irgendwie versuchen, die Ariane 6 teilweise wiederverwendbar zu machen. Meiner Meinung nach ist das ein mit dem Schinken nach der Wurst werfen, denn ich halte die Ariane 6 Infrastruktur für völlig ungeeignet für Wiederverwendung. Diese Woche sagte Stella Gillen, Chief Commercial Officer von Isar Aerospace, dass das Unternehmen die letzten Vorbereitungen für den ersten Flug seiner Spectrum-Rakete von Andoja Spaceport in Norwegen getroffen habe. Die gesamte Rakete, die sei bereits am Startplatz und Isar bereitet sich nun auf die abschließenden Tests der zweiten Stufe und dann der ersten Stufe vor. Der letzte Schritt wird sein, das Erhalten einer Startlizenz von den norwegischen Behörden. Isar ist sich sehr sicher, dass sie dieses Jahr den Start versuchen werden. Gleichzeitig will man die Erwartungen an diesen ersten Testflug dämpfen. Es sei ein Test. Auch ein Test war der erste Flug der Ariane 6 am 9. Juli diesen Jahres. Da brachte die Rakete mehrere Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn. Laut Isar war die Wiederzündung des Vinci-Triebwerks der Oberstufe besonders beeindruckend. Aber man muss hier anmerken, schließlich der einzige Mehrwert für Kunden gegenüber der Ariane 5 und eigentlich seit Jahrzehnten Stand der Technik. Eine dritte Zündung gelang jedoch nicht. Laut Isar traten einige unerwartete Verhaltensweisen während der Technologiedemonstrationsphase auf. Unter anderem soll bei der Zündung der Auxiliary Propulsion Unit, APU, der Oberstufe eine Temperaturmessung, einen Grenzwert überschritten haben. Das hat dann zu einem Abschalten durch die Flugsoftware geführt, was dann wiederum die dritte geplante Zündung des oder Wiederzündung des Vinci-Triebwerks verhinderte. Um dieses Problem zukünftig zu beheben, soll die Zündvorbereitungssequenz der APU in der Flugsoftware angepasst werden. Die aktualisierte Software, die wird bereits getestet und soll bei kommenden Flügen dann angewendet werden. Der französische Satellitenbetreiber Eutelsat wird ab 2027 mehrere H3-Raketen von Mitsubishi Heavy Industries nutzen. Ziemlich erstaunlich, das wird auch die erste Zusammenarbeit zwischen dem Satellitenbetreiber und dem Startanbieter. Ziel soll es laut Eutelsat sein, die Startmöglichkeiten zu diversifizieren. Eutelsat kennt der eine oder andere ja vielleicht von seiner Fernsehsatellitenschüsse und genau um die geostationären Umlaufbahnen, da soll es auch gehen. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass der halbstaatliche Satellitenbetreiber Eumetsat den Wettersatelliten MTG S1 von der Ariane 6 abgezogen hat. Vielleicht ganz interessant, die Entscheidung für die japanische H3, die ist technologisch und vom Konzept her sehr vergleichbar mit der Ariane 6, wurde von Japan trotz Rückschlägen aber schneller und günstiger entwickelt als das, was ganz Europa mit der Ariane 6 noch auf die Beine stellen will. Bisher hat die Ariane 6 ja keinen kommerziellen Einsatz geflogen. Japanische H3 dagegen trotz Fehlstart auf Jungfernflug bereits zwei erfolgreiche Starts. Ähnlich übrigens auch die neue Entwicklung ULA Vulcan, ebenso eine mit der Ariane 6 vergleichbare Rakete. Die ist bereits in der Startvorbereitung für Flug 2 und 3 jetzt im Oktober. Aktuell plant Ariane Space mit einem weiteren Start der Ariane 6 in diesem Jahr. Bis 2027 soll die Ariane 6 dann auf einer Startfrequenz von 9 bis 10 Starts pro Jahr kommen. Ariane 6, japanische H3 und ULA Vulcan, alles keine Raketen, die gegen die Falken 9 werden, anstinken können. Die erste Rakete, der das zeitnah gelingen könnte, ist die New Glenn von Blue Origin. Hatte ich in den falschen Hals bekommen, die Absage der NASA Escapade Mission zum Mars, die wird den R-Start der New Glenn nicht in das Jahr 2025 schieben. Blue Origin plant den ersten Start der New Glenn für November, aber dann halt ohne Escapade. Ursprünglich sollte die NASA-Mission Escapade bereits Mitte Oktober mit den New Glenns zum Mars starten. Doch die NASA verschob den Start am 6. September, weil sie befürchtet, die Rakete werde nicht rechtzeitig fertig sein. Und jetzt auch offiziell, Blue plant direkt für den Erstflug nicht nur Erreichen des Orbits, sondern auch Booster landen. Wo die Landung stattfinden soll, dafür haben wir jetzt einen Hinweis bekommen. Dazu kleines, aber lustiges Detail, offensichtlich nutzt das Landesschiff mit Starlink das Satelliteninternet der Konkurrenz. Genug der Himmel, wie Blue Origin weiter mitteilt, werde man dann voraussichtlich bis zu 10 Starts 2025 durchführen können. Blue Origin will bis Ende 2025 vier Booster in Rotation für Starts betreiben und danach jährlich zwei bis vier weitere Booster produzieren. Das war mal eine Ansage. 2026 könnte so New Glenn 24 Starts pro Jahr ermöglichen. Bin sehr, sehr gespannt, was New Glenn bringen wird. Schauen wir zu. Bereit für den Countdown? Senkrecht Starter wird 5 und das feiern wir wie die Mondlandung. Am Freitag, 11. Oktober vor Abend zum Space Creator Day schwinge ich den Pizzaschieber für euch. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen und wir haben das Konzept ein bisschen überarbeitet. Wir fangen mit 18 Uhr jetzt deutlich früher an, damit es für den Space Creator Day am nächsten Tag nicht zu spät wird. Damit ihr nicht vom Fleisch feilt, gibt es ab 19 Uhr mein Leibgericht Pizza All Can Eat und Nachtisch beides im Ticketpreis enthalten. Getränke gibt es dann gegen Bares oder mit Karte an der Theke. Zur Schulzeit, da habe ich mir als Pizzabäcker mein Taschengeld aufgebessert und jetzt am 11. Oktober erlaubt mir der Küchenchef der Portanova 2 auch für euch den Pizzaschieber zu schwingen. Die ein oder andere Mo Speziale wird also auch auf dem Tisch landen. Aber das Wichtigste, natürlich erwartet euch das Beste aus 5 Jahren Senkrecht Starter, coole Überraschung und die einmalige Chance, live bei der Aufnahme einer Senkrecht Starter Episode mit dabei zu sein. Also schnallt euch an, es wird senkrecht. Durch unseren Wechsel in die Pizzeria Portanova 2 müssen wir die Tickets leider stark limitieren. Vereinzelte Tickets sind aber noch da. Schnell sein lohnt sich also. Weitere Infos und Tickets unter dem Video. Das wird ein richtig cooler Abend unter Senkrecht Startern. Ich freue mich schon mega auf euch. Das ist schon ganze 5 Jahre Senkrecht Starter werden. Das verdanken wir alle den Senkrecht Starter Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir geht an euch alle ein riesen, riesen Dankeschön. Ohne euch hätte ich schon aufgegeben. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Noch schnell die Starts der kommenden Woche. SpaceX startet am Mittwoch, den 25. September, von Vandenberg voraussichtlich Starlink-Satelliten. Am Donnerstag, 26. September, wird SpaceX für die NASA die nicht ganz voll besetzte Crew 9 2SS starten. Es wird der erste Start einer Crew Dragon von Startplatz SLC 40 in Cape Canaveral. Die Startzeit ist mit 20.05 Uhr MESZ, also nach unserer Sommerzeit, ziemlich optimal. Und dann würde ich sagen, dann mache ich einen Livesteam. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Eventuell Ende der Woche noch ein H2A-Start aus Japan, genauer von Tanegashima aus. An Bord befindet sich IGS Radar 8, ein japanischer Aufklärungssatellit. Hier noch einmal die Erinnerung an den diesjährigen Luft- und Raumfahrtkongress DLRK in Hamburg. Den Link, den findet ihr unter dem Video. Ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt richtig krass spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal oder zum Livestream. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.